Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. Heute geht es um die Sprache, um das Bewusstsein und um die Bewertung, die wir Menschen verschiedensten Worten begriffen innerhalb der Sprache geben. Das Ganze habe ich schon in unterschiedlichen Videos erklärt, dass es eine gesellschaftlich-kulturelle Prägung ist, die dafür sorgt, dass wir verschiedenste Begriffe unterschiedlich bewerten. Die Bewertung an sich findet in jedem einzelnen Ego statt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass eine Gesellschaft, die aus Egos besteht, letztlich die Sprache komplett verfälscht hat über die letzten vielen hunderte von Jahren. Und wenn wir uns hier in dem Fall nun einmal das Wort Gleichgültig oder Gleichgültigkeit anschauen, dann ist es so, dass wir dieses Wort umgangssprachlich gleichsetzen mit dem Wort EGAL. Wenn uns etwas egal ist, dann mutmaßen wir bzw. stellen nicht nur eine Hypothese auf, sondern versuchen das Ganze zu verifizieren oder zu falsifizieren, indem wir uns anschauen, ist jemand im aktiven Handeln oder ist er es nicht. Denn wir setzen und assoziieren hier gleich, dass jemand, der Interesse zeigt, der etwas tut, der etwas macht, der aktiv handelt, dem kann etwas nicht egal sein. Das ist so gesehen der Gegensatz umgangssprachlich gesehen zum EGAL sein, Handeln und EGAL. Und das Gleiche geschieht mit der Gleichgültigkeit. Wenn du sagst, dass jemandem etwas gleichgültig ist, dann ist es ihm egal. Aber wenn jemand nicht handelt und wenn jemand letztlich diese Bewertung für sich gar nicht hat, dann ist es ihm nicht egal. Dann ist es gleichgültig. Und das ist eben genau das Problem dabei. Wir haben Bewertungen innerhalb der Sprache und wir denken, dass wir das auf jeden Menschen so gesehen transformieren können, weil wir durch die Sprache überhaupt erst in den Gedankenprozess kommen. Innerhalb der Gedanken sind wir innerhalb unseres Ichs, unseres Egos. Dort findet immer eine Bewertung statt. Erst wenn das Ego sich auflöst, haben wir nicht mehr diese Bewertung. Demnach hinterfragen wir auch die Sprache nicht. Wir hinterfragen ganz viele Begriffe nicht, weil wir davon ausgehen, dass wenn es gesellschaftlich anerkannt, angenommen ist, das Egalsein letztlich negativ behaftet ist, weil ich eben nicht handele. Und wenn ich nicht handele, ist das immer negativ. Das ist, wie gesagt, gesellschaftlich kulturell besetzt. Dann gehe ich eben auch ganz schwer davon aus, dass das so richtig ist. Und dann werde ich mir darüber nicht bewusst, was wirklich dahinter steckt. Ich habe schon in anderen Videos immer wieder angedeutet, dass die Sprache einen sehr großen Hinweis einem geben kann, was hinter der Sprache steckt. Und ein Begriff ist die Gleichgültigkeit, sich gleichgültig fühlen. Denn die Gleichgültigkeit, die zeigt einem genau das auf, dass es keine Bewertung benötigt. Weil es meint auch nicht, etwas Negatives zu bewerten, wie das umgangssprachliche Wort Egal, sondern es meint, alles gleich zu sein. Und das können nur Menschen für sich annehmen, wenn sie letztlich nicht in dieser Bewertung gefangen sind, nicht in ihren Gedanken befangen sind. Denn das ist ein so riesengroßes Thema. Wir schließen von uns immer auf andere. Durch die Gedanken, durch die Bewertung. Wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Wenn jemand sagt, es ist ihm egal, dann assoziieren wir daraus, dass es ihm nicht wichtig ist. Und wenn es ihm nicht wichtig ist, dann macht er dafür nichts. Dann handelt er nicht. Dann tut er nicht. Ob das wirklich so ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Wir nehmen das für uns aber so aus der Hypothese an. Und daraus folgt aus uns heraus eine Assoziation, ein Umkehrschluss, den wir schließen, dass ihn dieses oder jenes nicht interessiert. Wenn man aber davon ausgeht, dass eine Gleichgültigkeit vorhanden ist, weil dieser Mensch nicht mehr bewertet, weil dieser Mensch dahinter schaut, was hinter der Bewertung steckt, dann stellt er nämlich dort fest, dass alles gleich ist. Dass alles denselben Ursprung hat. Und dass es völlig hirnrissig ist, etwas zu bewerten. Weil es letztlich dich immer weiter weg vom Ursprung bringt. Und es bringt dich nicht nur weiter weg vom Ursprung, sondern es bringt dich auch immer weiter ins Ego, statt zu dir selbst. Und deswegen ist das Wort Gleichgültig oder Gleichgültigkeit ein Augenöffner in Bezug darauf, wenn wir uns einmal anschauen, wie unsere Gedanken im Alltag funktionieren und letztlich auch die Assoziation der Gedanken, die wir zu uns selbst oder zu anderen Menschen haben. Weil wenn uns etwas egal ist, wenn wir diesen Gedankenprozess uns genauer anschauen, dann stellen wir nämlich fest, dass es uns vielleicht egal ist, nicht weil es uns nicht wichtig ist, sondern weil es uns gar nicht betrifft. Und das ist nämlich etwas, was wiederum dann zu einer Selbsterkenntnis führen kann. Denn wenn es dich nicht betrifft, dann betrifft es in erster Linie dein Ego nicht. Wenn du dann aber tiefer gehst und dir anschaust, was dich noch alles nicht betrifft, dann kommst du immer mehr dahinter, dass letztlich dich gar nichts betrifft. Warum? Weil du in deinem Ego letztlich nur ein Spielfigürchen auf einer gewissen Ebene bist. Und für diese Spielfigürchen ist alles egal bzw. gleichgültig. Bloß wir nehmen das für uns eben nicht an, aufgrund der Erklärung, dass wir das eben gesellschaftlich, kulturell so geprägt in unserem Verstand haben, in der Benutzung der Sprache. Aber wenn wir diesen Weg der Selbsterkenntnis gehen, kommen wir alle zum selben Schluss, dass wirklich alles gleichgültig ist. Und wenn es alles gleichgültig ist, fällt auf einmal sehr viel von uns ab. Es fällt Bewertung ab. Es fällt letztlich die Emotion, die durch die Bewertung, durch den Verstand biochemisch bei uns in unserem Körper erzeugt wird ab. Wenn jemand dir sagt, du bist ihm gleichgültig, dann gibt es 99,9% der Menschen, die sagen, das ist schrecklich. Der mag mich nicht. Der hasst mich vielleicht sogar. Nein, du bist ihm genauso gleichgültig wie andere Menschen. Weil es nicht darum geht, einen oder mehrere Menschen zu priorisieren und zu versuchen, mit dem eigenen Ego das andere Ego zu beeinflussen und letztlich nur in den Besitz zu ziehen. Sondern es geht darum zu erkennen, dass jeder Mensch gleichgültig ist. Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise genau das gleiche Ebenbild, wie du es bist. Und das ist die wahre Erkenntnis hinter diesem Wort und letztendlich eben ein sehr großer Hinweis darauf, wie wir hier gelandet sind, was wir hier machen und wer wir sind. Das heißt, die Sprache liefert uns, wenn wir bewusst mit der Sprache umgehen, sehr viele Hinweise, die wir für unsere Selbsterkenntnis und für unsere eigene Tiefe so sehr nutzen können, dass wir uns von unserer Spielfigur, von unserem Ego immer weiter loslösen können, sodass wir erkennen, dass Aggression, das Wut, das Trauer immer nur ein Ausdruck einer Bewertung in Bezug auf die Assoziation der Gedanken zu etwas geschieht und dass wir das letztlich in uns auflösen können, wenn wir dahinter kommen, dass die Bewertung nur ein Instrument ist, welches künstlich eingefügt wurde, aufgrund dessen, dass es nun mal Gegensätze innerhalb der Dualität gibt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob du dir das Wort Gleichgültig oder Gleichgültigkeit schon mal so genau angeschaut hast, vielleicht auch bei anderen Worten begriffen in Bezug auf ihre Wertungsfreiheit, auf den bewussten Blick dahinter, was steckt denn wirklich dahinter und was soll es mir sagen, denn Sprache ist dazu da, uns etwas zu sagen. Bloß wir denken, dass wir damit etwas sagen können. Es ist aber genau umgekehrt. Lass mich wissen, was du zu diesem Thema zu sagen hast in der Kommentarsektion unter dem Video. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn dir dieses Video gefallen hat und dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle gewissermaßen zum Nachdenken gebracht hat, zum bewussten Reflektieren diesbezüglich, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben und wenn du Freunde und Bekannte hast, die eventuell auch immer nur die Sprache als ganz einfaches Kommunikationsmittel benutzen und sich nie wirklich hinterfragen ist, nie wirklich aus einer anderen Perspektive betrachten, was die Sprache uns tatsächlich zu sagen hat, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video von mir auch angezeigt bekommst und bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.